So Leute, die Tante Angie hat euch ja schöne Spielsachen mitgebracht. Die habe ich da in Sicherheit gebracht, weil die Großen die schon wieder kaputt machen. Und die Tante Gabi hat was mitgebracht. Ein Spiderman-Ball! Ja, kann man den nicht so packen, ne? Dann müsste er kicken. Das ist in der Ball. Das ist natürlich wieder der Max, nicht nur der Max, der Mogli. Ja, spielt mal ein bisschen. Komm, ich kicke den mal. Oh, wo ist der Ball? Habe ich beim Backerl geholt, ne? Unser Backerl hat nicht nur Backerlwürstchen. Anton! 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 Fein! Fein! Und der Max. Und unser Bali bewegt sich. Unser Bali hat den Ball. Der Bali hat den Ball. Ball. Und der Bali verteidigt auch den Ball. Das ist unsere kleine Namenlose. Lass dir nichts gefallen, Bali. Lass dir nichts gefallen. Wo ist der Ball? Die anderen Spielsachen auch mit runterholen. So. Und hier. Fein. Oh, der Bali hat sich das Spielzeug gesichert. Super. Und da ist unser Mogli. Der hat den Ball. Der ist schwer beschäftigt. Drei.